Wohin, ihr lieben Leute aus nah und fern. Herr Baron, ich freue mich, Sie zu sehen. Frisch aus Bagdad bin ich gekommen mit meinem Sieben-Meilen-Stiefel. Es freut mich, dass Sie eine müde Reisende hier in Empfang nehmen. Und ich habe gehört, Sie haben der vorzüglichste Türkei aller Zeiten hier auf Lager. Und bevor ich nach Bad Pomont gehe und diese schrecklichen Wasser trinke, komme ich zu Ihnen. Ja, mein lieber Anfänger, es ist für mich eine ganz besondere Freude, Dich hier heute zu begrüßen. Aber, meine Herren, lassen Sie uns doch Platz nehmen. Herzlichen Dank für Dein Erscheinen. Aber erzähle mal, ich habe gehört, da in Hameln war mal irgendwas mit zu viel Ratten oder so. Und da hat man dich gerufen. Erzähle, was ist dran an dieser Geschichte? Mit dieser Hamelense soll man keine Geschäfte machen. Also immer mit Vorsicht und Lust begegnen. Also es war eine Plage von Ratten. Ratten. Überall Ratten. Ich kann froh sein, dass sie nicht Beine auf dem Rücken hatten. Da wäre sie ja noch schneller. Und die haben alles gefressen, was es in Hameln gab. Der Bürgermeister rief hinaus, kann jemand uns von der Ratten retten? Und ich aus Windeseile mit meinen sieben Meilen stief. Und gegen euer Renner musste ich irgendwann mal antreten. Hast du schon mal angetreten? Und ich kam in Windeseile an, vor dem Bürgermeister, mitten auf dem Rathausplatz. Und Sie wissen ja, Sie kennen es doch, wenn der Läufer da ankommt, da muss er erst mal bremsen. So, so, boing. Und ich stehe auf einmal da. Herr Bürgermeister, ich kann euch ohne jeden Pein von Ratten und von Mäusen heute noch befreien. Was die Geschichte mit den Ratten und den verschwundenen Kindern angeht. Meine Herren, wir haben heute alle wieder was dazugelernt. Und ich glaube, das ist mal wieder ein kleiner Tropfenwert. Meine Herren, das ist sehr zum Wohlen. Zum Wohlen aber auch. Sie könnte wandern, dann wird es Ihnen im Leib richtig wahr. Keine macht den Drogen. Aber wenn ich mir das so recht überlege, so ein Kaffee ist relativ schnell gebraut. Aber ein Tee, der muss ziemlich lang. Und der Kaffee darf sich selbst. Ja, genau. Ja, meine Herren, aber... Also, Sie scheinen einen riesen Fundus an Wissen zu haben. Und ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein dürfte und ein bisschen lauschen wieder. Also, sobald ich von meinen Reisen hier entlang komme, würde ich es gerne nochmal machen. Und dann hier am praktisch heiligen Tisch vom Bodenwerder zu sein. Habe Dank, dass ich hier dabei sein dürfte. Gerne, mein lieber Rattenberger. Herzlichen Dank, dass du uns hier hattest. Das kann nur einer durch, sonst kann das keiner. Die Welt weiß, ohne geht, dass ich der Gründe bin.